Hallo liebe Zuschauer, heute macht Siemens eine Aktion, die Energiewendefahrt und schickt die Leute vom Potsdamer Platz rüber zum Tempodrom. Da auf dem Weg müssen ein paar Fragen zur Energiewende beantwortet werden und ich denke, es macht Spaß. Ich probiere es mal aus und ihr könnt bestimmt auch noch was lernen. Hier seht ihr mal eine dieser Fragen und ich fand diese jetzt relativ schwierig. Die Frage ist, wie viel effizienter ein Elektromotor gegenüber einem Verbrennungsmotor ist und die Antworten sind 50% besser, 5-6 mal besser und 2-3 mal besser. Und wenn der Junge es vor mir völlig falsch gemacht hätte, hätte ich die Antwort auch nicht gewusst und so konnte ich aber ein bisschen schummeln. Jetzt bin ich beim Tempodrom angekommen. Hier ist der Pavillon von Siemens und da zeigen Sie, wie die Energiewende funktionieren kann. Und hier ist der Beweis, ich habe alles richtig beantwortet und vielleicht schafft ihr das ja auch.